Moin Leute, willkommen zurück und heute erkläre ich euch dann, habe ich ja im letzten Video schon angekündigt, wie ihr ein Inventar von einem Block machen könnt, eine sogenannte GUI. Da gehen wir als erstes wieder auf Plus, wir machen jetzt von dem Block hier ein Inventar, den haben wir ja im letzten Tutorial erstellt. Auf Plus, dann gibt es hier den Punkt GUI. Dann geben wir dem ganzen wieder einen Namen, wir geben ihm einfach den Namen Test-Block und dann GUI. So, create new GUI. Und dann sind wir hier auf einem neuen Fenster. Und hier seht ihr sozusagen schon die Oberfläche, wie das am Ende aussehen soll. Hier haben wir wie bei zum Beispiel einer Minecraft-Karte ein quadratisches Feld. Dann können wir hier oben rechts einstellen, ob das mit Slots sein soll, das heißt, ob das Inventar angezeigt werden soll. Hier Slot-Gull mit Slots, das wäre das hier die Hauptleiste und hier das restliche Inventar. Das kann man dann darin anzeigen. Man kann das Fenster hier, das hier angezeigt wird, auch noch größer machen, wenn wir hier die Werte verändern. Das wäre dann Breite und Höhe. Genau. Außerdem gibt es hier noch so eine Häkchenbox, dass das Spiel im Hintergrund stoppt, wenn man in diesem Block-Inventar ist. Oder ob der Hintergrund sich auch bewegen soll. Das wäre dann Render-Background-Layer. Hier können wir hier unten auch nochmal so Editor-Options machen. Das mache ich immer gerne, weil hier kann man dann so ein Gittermuster sich anzeigen lassen. Und wenn man dann gleich hier Sachen einfügt, rücken sie sich entsprechend eine bestimmte Stelle in dieses Gittermuster. Hier kann man das Gittermuster sonst auch noch einstellen. Und ich finde das halt immer ganz praktisch, dann sind die Elemente automatisch immer in einer Linie. Denn sonst, man kann die auch frei da reinziehen. Dann könnten die aber so durcheinander sein. Und ich finde das immer ganz praktisch, wenn man hier so ein Muster hat. Genau. Aber wie machen wir jetzt so eine GUI? Also, wir haben hier links verschiedene Symbole. Man kann zum Beispiel Text einfügen. Da geben wir dann die Textfarbe ein und den Text. Ich mache es jetzt einfach mal Test. Dann legen wir hier, wo der Text stehen soll. Das Fenster legen wir fest, wo. Das seht ihr jetzt hier. Der rastet so ein. Wegen dem, hier unten, wegen dem Gittermuster. Wenn man das hier weg machen würde, dann könnte man es auch überall platzieren. Aber so hat man halt das Gittermuster. Und dann kann man hier genau im Raster bleiben. So. Und wenn wir das hier mit Linksklick platziert haben, steht jetzt hier Test. Und so sähe das dann auch im Spiel aus. Wenn wir den Block mit Rechtsklick aktivieren, sehen wir dieses Fenster hier im Spiel. Und da steht dann hier oben Test. Hier gibt es noch einen zweiten Punkt. Das wäre dann so ein Button. Da können wir auch was draufschreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal Test 2. Den können wir hier genauso platzieren. Und der sähe dann so aus. Hier kann man zum Beispiel in diesem Inventar, in dem Block Inventar mit linken Maustasten draufklicken. Und dann kann man hier, das kann man wenn man doppelklickt einstellen, springt wieder ein Fenster auf. Tut mir leid, eigentlich seht das jetzt in der Aufnahme nicht. Aber bei euch müsstet da ein Fenster aufspringen. Und da könnt ihr auch noch so eine Prozedur wählen. Die erkläre ich euch dann in einem anderen Video, wie man so etwas macht. Genau. Dann könnt ihr hier noch Texturen einfügen, sogenannte Bilder. Die könnt ihr unter hier Workspace und Ressources. Da könnt ihr dann, wenn ihr hier zum Beispiel eine Textur wieder macht. Ich mache jetzt einfach mal eine 16x16. Und wenn ihr dann hier was malt. So. Wir speichern das Bild. Und dann unter Andere, Other. Und dann nehmen wir das einfach mal Image. Okay. Und jetzt hat er das hier gespeichert. Und das ist jetzt wichtig, denn das ist jetzt keine Item Textur, sondern es ist unter Other Textures gespeichert. Und das ist dann auch bei GUI Components. Und die können wir jetzt hier einfügen, wenn wir wieder in unseren Slot gehen. Können wir hier auf die Bilder klicken, unser Bild auswählen und das hier auch platzieren. Das war jetzt eine 16x16 Grafik. Deswegen ist das auch nur hier ein so ein quadratisches Kästchen. So groß wie so eine Schrift ungefähr. So ein Schriftfeld. So. Und so kann man halt Bilder einfügen. Da könnt ihr auch beliebig viele Bilder einfügen. Ihr könnt sonst auch Bilder aus dem Internet raussuchen. Oder Bilder, die ihr immer selbst gezeichnet habt. Könnt ihr, egal was für Bilder einfügen, auch egal wie groß sie sind, die könnt ihr hier alle einbinden. Ihr müsst sie dann nur unter Workspace Ressourcen und dann hier unter Import Texture müsst ihr die dann importieren und dann Other Textures auswählen. Der nächste Punkt wäre dann hier ein Input Name. Da gebe ich jetzt auch mal Test ein. Und da könnt ihr dann sozusagen was reinschreiben im Spiel. Da kann der Nutzer dann das anklicken und dort Text reinschreiben. Dann ist das nächste hier Input Slot. Das wäre dann, da müsste man dann eine Slot-Idea festlegen. Ich nehme einfach mal Standardwert 0. Da kann man auch noch Prozeduren einfügen. Und das wäre dann wie ein ganz normaler Minecraft Slot. Dasselbe gibt es auch noch mal als Output Slot. Und da ist sozusagen, hier kann man was reintun und hier was rausnehmen. In- und Output. Für eine Truhe mache ich jetzt diese Sachen hier zum Beispiel wieder weg. Die kann man hier links in der Liste, sieht man alle Sachen, die kann man dann anklicken. Man wählt da die automatisch aus. Wie dieses Text fällt, mache ich mit dem roten X mal weg. Und die anderen Sachen auch. So. Den Text kann man auch mit Doppelklick nochmal verändern. Und dann nehme ich das jetzt einfach mal Test Block. Save Chains. Und das kann man hier oben dann so zum Beispiel hinschreiben. Hier mache ich jetzt meine zwei Slots hin. So. Dann zum Speichern klicken wir wieder auf Save Mode Element. Hier gibt es hier unten keine weiteren Einstellungen. Und dann klicken wir auf Save Mode Element. Dann hat er das wieder gespeichert. Das Fenster schließt sich automatisch. Und unter Mode Element sehen wir jetzt hier Test Block GUI. Das reicht aber noch nicht. Denn wir müssen dem auch noch sagen, welcher Block die GUI enthalten soll. Das heißt, wir gehen wieder in unseren Test Block unter Tile Entity. Und dort können wir die GUI sozusagen einstellen. Hier können wir einstellen, was wir eine haben. Hier ist jetzt hier in der Liste eine aufgetaucht, weil wir die erstellt haben. Die Test Block GUI, wie wir sie genannt haben. Dann müsst ihr hier noch die Box anklicken, dass sie auch mit Right Click, also rechte Maustaste, geöffnet werden kann. Genau. Hier die anderen Einstellungen habe ich ja schon in dem Blog Tutorial erklärt. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Wir klicken wieder auf Save Mode Element. Und wenn ihr fertig geladen habt, können wir wieder den Client öffnen. Und wenn wir nun hier wieder in unserem Minecraft Forge Test Version sind, können wir wieder unseren Mod auswählen. Wir gehen unter Single Player in die Welt. Und sobald die Welt geladen hat, da haben wir ja noch unseren Block platziert. Diesen Redstone Block hier. Und wenn wir jetzt Rechtsklick machen, öffnet sich unser programmiertes Fenster. Hier können wir jetzt zum Beispiel was reintun. Hier können wir nichts reintun, weil das ein Output Slot ist. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auch Prozeduren machen, dass ihr, wenn ihr hier was reintut, kommt hier automatisch ein Item raus, das ihr dann rausnehmen könnt. Und so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt wie immer ein Like da. Und falls ihr der Reihe auch noch folgen wollt und ihr vielleicht wissen wollt, wie ihr jetzt den Mod exportiert und in euer normales Minecraft einfügt, dann folgt doch auch dem Kanal. Denn ich denke, das werde ich als nächstes Video dazwischen schieben. hört doch nicht so gut. Also, dann wenn euch auf resurrection ist. Ich denke, das ist wieder schön. Ich denke, der erste Reihe auch noch mal.